DW Deutsch lernen mit dem Deutsch-Trainer Asculta și repeta. Studies Germanistica. Ich studiere Germanistik. Sunt în primul semestru. Ich bin im ersten Semester. Studiesc ca să devin profesor. Ich studiere auf Lehramt. Îmi scriu teza de licență. Ich schreibe meine Bachelorarbeit. Am o diplomă de licență în istorie. Ich habe einen Bachelor in Geschichte. Îmi scriu teza de master. Ich schreibe meine Masterarbeit. Am un Master in Mathematica. Am renunțat la studiile de Ingenierie Mecanica. Ich habe mein Maschinenbaustudium abgebrochen. Am absolvit facultate de drept. Ich habe mein Jurastudium abgeschlossen. Îmi scriu teza de doctorat. Ich schreibe meine Doktorarbeit. Ich schreibe meine Doktorarbeit. Ich schreibe meine Doktorarbeit. Am titlu de doctor in medicină. Ich habe einen Doktortitel in Medizin.